Sind auch Sie machtlos gegen Ungeziefer? Quälen Sie sich durch schlaflose Nächte mit nervtötenden Mücken? Bisher konnte man sich nur mit gefährlichem Insektenspray schützen oder musste sein Heim für viel Geld ausräuchern lassen. Der alljährlichen Mückenplage waren wir immer schutzlos ausgeliefert. Bis jetzt gab es kein effektives Mittel auf dem Markt, das Mücken aus dem Schlafzimmer verbannen konnte. Bis jetzt! Freuen Sie sich auf ruhige, entspannende Sommernächte ohne lästige Summen neben Ihrem Ohr. Schluss mit ewig langem Suchen nach den kleinen Übeltätern. Denn jetzt gibt es Pest Reject, die Weltneuheit auf dem Markt der Insektenbekämpfung. Noch nie war es so einfach und erwünschte Mitbewohner für immer loszuwerden. Vergessen Sie gefährliche Chemikalien und teure Kammerjäger. Stecken Sie Pest Reject in Ihre Steckdose und lassen Sie es für sich arbeiten. Pest Reject basiert auf einer einzigartigen Technologie, die digitale elektrische Impulse durch die Leitungen in ihren Wänden schickt und somit alle Kleintiere und Insekten in Ihrem Haus und ihrer Wohnung erreicht. Die hochsensiblen elektrischen Impulse wirken auf das Nervensystem von Kleintieren ein und sorgen so dafür, dass Ihre lästigen kleinen Mitbewohner sofort und für immer verschwinden. Herkömmliche Mittel vertreiben Kleintiere nur für wenige Stunden und gegen nervtötende Mücken können Sie gar nichts ausrichten. Aber mit dem revolutionären Pest Reject sind Sie auf der sicheren Seite. Pest Reject vertreibt Kleintiere aller Art für immer aus Ihrem Zuhause. Und nicht nur das! Durch seine hochentwickelte Ultraschalltechnologie ist es uns mit Pest Reject als erstem und einzigem Gerät gelungen, endlich effektiv und langfristig gegen Mücken und Fliegen vorzugehen. Pest Reject ist auf dem neuesten Stand der Technik und nutzt die für Computer erforschte Schaltplattentechnologie, um so Ihr Zuhause sicher und effektiv von lästigem Ungeziefer zu befreien. Herkömmliche Geräte brauchen Batterien, die oft gewechselt werden müssen. Außerdem benötigen Sie für jedes Zimmer ein Extragerät. Ein kostspieliges Vergnügen, das Sie sich ab jetzt sparen können. Denn nur ein einziges Pest Reject reicht für bis zu 200 Quadratmeter und schützt Ihr ganzes Haus, Ihre ganze Wohnung oder Ihr ganzes Fabriksgebäude vor Kleintieren. Und das alles ohne Batterien. Sagen auch Sie jetzt Ja zu einem neuen, sorgenfreien Leben ohne gefährliche Chemikalien und geniessen Sie trotzdem den Luxus einer sauberen Wohnung ohne Insekten und Kleintiere.